Servus, hauidere Leut! Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin der Marcel und wir sind heute beim Season Opening im MTB Zone Bikepark Eiskopf. Es ist ein bisschen bewölkt und wir sind vorhin schon zwei Stunden angestanden wegen der Gravity Card. Aber wir haben es geschafft, dass wir es grillen und ja, jetzt würde ich sagen, wir stürzen uns gleich mal den Downhill runter. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Pull Pull Downhill, ich habe einen Timer mit rein, viel Spaß! Aus der O-Bahn hier und in den Rhyme. Sprung, strump, pushen, pfuh! So, High Speed, über diesen. Außen anfahren. Sprung, Step Up, dann noch rechts. Step Down, enge links. Links anfahren, rechts über den Stor. Da außenrum springen. Das ist jetzt nämlich alles neu gebaut hier. So, kurzer Break, Kiesweg. So, der untere Part Downhill. Hier zum Einstieg über den Steinfeld. Let's go! Alter, der Blatt-Party hier. Blatt-Party hier. Gut, mach mal. Hoch auf! Ach. Oh, ach. Komm, man macht da! war doch ganz gut jetzt sehen wir mal den platzball über den kicker so tag zwei am geißkopf über die nacht hat es geschifft wir haben hier geschmäckige räder evil eye trail mit paul fährt voraus der radsport lang heute persönlich er hat gesagt der radsport lang ist heute mal persönlich hier spezielle linienwahl die 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 Ah, das ist besser, ist es? Oh, das ist ja gleich weg. Oh, no, es drobt. Das war close! Der ist leise! Überhebten! . . . Das war eine Linie, du warst. Das war ja Zufall. Das war geil. Bleib weiter, oder? Unserer Fahrt, Downhill. Das war's. Ich bin gerade drauf gesessen im Dashguard. Bei wo? Bei dem Warner Gap. Jesus Christ! Sick! So Freunde, das war's dann wieder mit dem Season Opening Video vom Bikepark Eiskopf. Ich hoffe euch hat das Video gefallen und lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Das hat mich mega gefreut. Bleibt auf jeden Fall dran für noch mehr MTB Content. Bis zum nächsten Mal. Haui deri. Macht's gut.